Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zum IT Security Monitoring mit Enginesight. Heute natürlich mit den Endpunkten, denn ja, wir haben schon zwei Sachen kennengelernt und heute ist das dritte dran. Wir haben die Observations kennengelernt, das heißt ein Watchdog, der im lokalen Netzwerk scannt, welche Geräte gerade aktiv sind und eben euch sagt, hey, da ist ein Gerät, was da nicht hingehört, beziehungsweise euch sagt, hey, hier, dieses Gerät ist erreichbar, obwohl es nicht erreichbar sein sollte. Dann haben wir aber gleichzeitig noch die Hosts kennengelernt. Die Hosts enthalten Webseiten, enthalten Dienste, enthalten eben Dinge, die gehostet werden und können natürlich dann regelmäßig von intern auf Schwachstellen überwacht werden. Das heißt, ob alte Software verwendet wird oder, oder, oder. Und jetzt lernen wir die Endpunkte kennen. Die Endpunkte sind natürlich Webseiten. Das heißt, sowas wie in diesem Fall. Oder in meinem Fall natürlich the-morpheus.de. So, das ist hier natürlich Morpheus oder the Morpheus Tutorials, das ist meine Webseite. Und ihr werdet sehen, wir haben hier tatsächlich einige Issues auf diesen Dingen, die wir hier überprüfen können und wo uns dann auch tatsächlich Vorschläge geben werden. Im Bereich DNS, Website, SSL, TLS, Applications, Portscan, HTTP, Headers und Redirects. Und wir können natürlich erstmal aussuchen, weil wir hier eben Engines halt als Software-as-a-Service bekommen, von wo wir das Ganze eigentlich aus testen wollen. Das heißt, ob wir das von Europa, also von einem Frankfurt-Server testen wollen oder von East Virginia. Und in unserem Fall macht das natürlich deutlich mehr Sinn, äh, mehr Sinn, nicht mehr Sinn, äh, mehr Sinn aus Frankfurt raus zu testen, weil das viel, viel näher liegt. So, ich bin natürlich berechtigt, weil ich das Ganze auch besitze hier. Das heißt, ich habe mir die Domain auch gekauft und natürlich der Server, ähm, also ich darf das natürlich nur machen, wenn ich auch der Besitzer von dieser Webseite bin. Ansonsten darf ich das natürlich nicht machen. Ähm, und dementsprechend sagen wir hier Endpunkt hinzufügen. Wunderbar. Und jetzt kommt eine kurze Analyse von allem drum und dran. So, und während die lauft, pausiere ich euch mal ganz kurz. Und wir sehen direkt, dass wir einige Probleme haben, tatsächlich. Aber lasst uns hier mal Issues erstmal überspringen. Wie gesagt, das machen wir in einem separaten Video. Das sind hier wieder diese Alarme, die man einstellen kann. Und dann sehen wir hier bei der Website, okay, das wird natürlich jetzt überwacht, ob das Ding erreichbar ist oder ob der Host vielleicht down geht. Und hier müssen wir natürlich das über einen längeren Zeitraum beachten. Also, das wird immer mal wieder ausgeführt. Und, ähm, für uns wird dann quasi alles, äh, angezeigt, ob die Webseite mal down war, beziehungsweise ob irgendein Problem damit existiert hatte. Und wir können uns natürlich hier auch einen Alarm setzen, falls wir irgendwann mal nicht erreichbar sein sollten, ist klar. So, Weiterleitung haben wir auch keine. Das heißt, wenn wir hier auf The-Morphous.de gehen, dann landen wir eben direkt bei HTTPS, äh, www.The-Morphous.de. Und, ja, das soll natürlich auch so sein. Ähm, jetzt sehen wir allerdings hier unter Security, beziehungsweise Sicherheit, einige Einstellungen. Und zwar erstmal die DNS-Einstellungen. DNS-Einstellungen sind die Dinge, die man anfragt, wenn man zum Beispiel The-Morphous.de in den Browser eingeht. Das heißt, hier wird natürlich eigentlich nicht The-Morphous.de aufgerufen direkt, sondern es kommt eine DNS-Anfrage an einen DNS-Server, der bei uns Cloudflare ist. Und der speichert sich eben die Einträge, die wir hier gesetzt haben, was eigentlich für eine IP-Adresse hinter The-Morphous.de überhaupt steckt. So, in diesem Fall wird eben der DMarkt getestet. Es wird der TXT getestet. Also eben hier die ganzen TXT-Records werden getestet. Ähm, und euch werden, falls ihr hier irgendwelche Issues habt, zum Beispiel irgendwelche ungültigen Policies, wird euch direkt gesagt, was ihr hier machen könnt. Ist ziemlich nützlich. Weil teilweise kann das auch wirklich mal verwirrend sein. Okay, das nächste ist natürlich hier SSL und TLS. Und jetzt sehen wir hier, oh, 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 da ist offensichtlich was anfällig nach Maßgabe des BSI. Warum hast du denn das nicht so? Also warum ist das bei dir nicht sicher, Morpheus? Was ist da los? Und lasst mich hier mal ganz kurz erklären, was hier überhaupt passiert. Denn, ähm, ja, wir sehen hier, die Security-Checks sagen mir sofort, okay, es ist einfach nicht in Ordnung, dieses ganze Ding hier so anzugeben, wie wir es hier haben. Unsere Sicherheitschecks geben aber trotzdem nur ein Medium, also nichts Kritisches bei raus. Ähm, wir sehen, wir benutzen ein unsicheres SSL-TLS-Protokoll und das gleich zweimal, weil wir hier die TLS-Version 1.1 und 1.0 verwenden. Und hier sehen wir, dass ein unsicheres TLS-Protokoll verwendet wird und dementsprechend auch eine komplette Schiffre unsicher ist. Und das sehen wir hier nochmal schön aufgedröselt. Das heißt, wir unterstützen selbstverständlich TLS 1.3.1.2 und wir unterstützen SSL 3.0 und 2.0 nicht. Aber was nicht gut ist, wir unterstützen TLS 1.1.1.0. Und das sehen wir hier eben auch an den Schiffren, die eigentlich auch nicht mehr unterstützt werden sollten. Der Rest ist in Ordnung, das ist das Einzige. Das heißt, wir sollten hier die Unterstützung, also laut Empfehlung von EngineSide, sollten wir die Unterstützung für die beiden eben rausschmeißen. Genauso wie für diese vier Schiffren hier. Der Grund dahinter ist, warum wir das trotzdem unterstützen, die, ähm, ja, die Downward Compatibility. Das bedeutet, wir wollen den Nutzern trotzdem die Möglichkeit geben, auch wenn sie ein altes Gerät haben, hier drauf zu connecten auf die Webseite. Warum machen wir das? Also eigentlich geht der Security vor und da bin ich absolut konform mit euch. Der Punkt hinten dran ist allerdings, wenn wir mal ganz kurz auf die Webseite gehen, man kann hier auf meiner Webseite absolut nichts angeben. Ja, also das heißt, klar, die Webseite ist gerade in Überarbeitung, bitte beruhigt euch da. Aber, ähm, man kann hier nichts angeben. Also ich habe tatsächlich bewusst keine Möglichkeit, wo der Nutzer Daten senden kann. Also gar keine Möglichkeit. Es gibt nicht mein Kontaktformular bei mir. Und das ist auch absolut so gewollt, denn ansonsten könntet ihr mir sensible Daten schicken und ich müsste die irgendwie vernünftig absichern. Das möchte ich aber genau hier vermeiden. Und deswegen können wir es uns erlauben, hier eben TLS 1.0 und 1.1 zu erlauben, weil eben überhaupt nichts verschlüsselt wird, außer die Daten, die von der Webseite an euch kommen. Deswegen ist das hier jetzt nicht ganz so dramatisch, wenn man hier den Support für alte Webseiten auch dabei hat. Wenn jetzt natürlich ihr hier irgendwas abgeben könntet, wie zum Beispiel eben zum Beispiel ein Kontaktformular, dann müsste man hier natürlich den TLS Support rausschmeißen für 1.0 und 1.1. Klar. Okay, als nächstes sehen wir hier unter den Apps, was wir hier eigentlich gerade verwenden. Und ja, wir haben hier natürlich einmal jQuery und das hat tatsächlich sogar eine kleine Sicherheitslücke. Hier können wir aber drauf gehen und wir sehen, ah okay, eigentlich gar nicht so schlimm. Wir haben hier einen CVE drin, der noch nicht mal validiert ist und naja, Auswirkungen hat er auch Wahrscheinlichkeit. Und wie gesagt, man kann bei mir auf der Webseite tatsächlich nichts eingeben. Auch solche Frontend Libraries, also wie jQuery zum Beispiel, können schlimme Sicherheitslücken haben, wie zum Beispiel eben Cross-Site Scripting oder sowas. Das ist schon ein Problem. Aber eben normalerweise wartet man hier, bis da wirklich ein Fix raus ist, der dann einigermaßen alles beschreibt. Und ja, dann könnte man das Ganze mal patchen. Wird wahrscheinlich auch, wie gesagt, das Ganze ist gerade in Überarbeitung und wird dann auch wahrscheinlich relativ bald wegfallen. So, dann kommen wir hier zu den HTTP Headern. Und hier sehen wir auch wieder eine größere Problemstelle. Und zwar, wir haben kein HSTS gesetzt, genauso wie wir hier X-Frame Options und Referral Policy etc. nicht gesetzt haben. HSTS ist super wichtig, wenn man zum Beispiel Session Hijacking verhindern möchte. Das heißt, dass jemand anders eine Session übernehmen kann. Also, wenn ihr euch zum Beispiel jetzt bei YouTube zum Beispiel einloggt und jemand hat dann eben zum Beispiel einen Angriff und kann dann eure Session übernehmen. Das nennt sich Session Hijacking. Und HSTS hilft dagegen und oder hilft auch dagegen, dass man eben zum Beispiel die Verschlüsselung aushebelt oder downgradet. Also von einer aktuellen Version auf eine schwächere Version downgradet. In meinem Fall, wie gesagt, es gibt nicht mal Sessions. Und ja, die Verschlüsselung in dem Fall ist auch nicht so wichtig, weil ihr keine Daten abschicken könnt. Aber sollte man eigentlich trotzdem setzen und werden wir natürlich dann beim Überarbeiten auch tun. Dann kann man hier natürlich auch noch einen Portscan laufen lassen. Hier sehen wir auch wieder, was da alles hinten dran steckt. Und ja, den Portscan können wir uns dann genauer angucken. Da landen wir allerdings nirgendwo wirklich, weil alles ein Bad Request ist. Und das soll auch natürlich so sein. So, und ja, damit waren wir auch schon bei den Sicherheitslücken. Und damit sind wir auch quasi schon durch mit dem Analysieren von der Webseite. Jetzt ist das natürlich nicht ganz so eindrucksvoll gewesen. Wir können uns hier natürlich auch einen Bericht erstellen, etc. Ist natürlich jetzt nicht so eindrucksvoll gewesen, weil bei mir eigentlich nur wirklich was angezeigt wird und man nichts angeben kann. Deswegen lasst uns doch hier mal nochmal hier drauf wechseln. Und diese Domain hat ein kleines bisschen mehr. Und hier sehen wir auch, okay, es gibt einige Dinge, die man offensichtlich wirklich tun sollte. Zum Beispiel die DNS-Records fixen. Hier steht zum Beispiel, der TXT-Record wurde gar nicht gesetzt. Der CAA-Record wurde auch nicht gesetzt. Genauso wie der DMARC, wobei man den nicht immer braucht. Das kommt immer drauf an, ob man den braucht oder nicht. Okay, offensichtlich nicht so sinnvoll. Hier bei SSL-TLS sehen wir, 1.3 ist nicht aktiv. Das sollte man definitiv beheben. Man sollte hier aber auch die Chiffren rauswerfen. Aber dann geht, wie gesagt, auch ein bisschen Support flöten. Und das ist auch ein bisschen traurig. Bei den Apps sehen wir allerdings noch was viel Schlimmeres. Es wird eine sehr, sehr alte Version von WordPress unterstützt. Und die hat offensichtlich wirklich viele Schwachstellen. Die sollte nicht mehr verwendet werden. Genauso kann man erkennen, welche PHP und welche MySQL-Version hier verwendet wurde. Und so weiter und so fort. Also das kann man natürlich alles direkt prüfen, wenn man so einen schönen Scan hat. HTTP-Headers sind ähnlich wie bei mir. Die sind nämlich einfach nicht gesetzt worden. Der Port-Scanner hat auch, okay, der hat nichts Schlimmes ergeben. Die Sicherheitslücken hier sind allerdings trotzdem gravierend. Und ja, hier sehen wir, die sollten definitiv behoben werden. Und ja, wir sehen auch direkt, die Risiko-Analyse ist auch schon fertig für uns. Was natürlich den ganzen Kram sehr, sehr wertvoll macht. Das heißt, wir sehen hier auch direkt Confidentiality-Impact. Also die Vertraulichkeit oder der Impact auf die Vertraulichkeit, also die wird komplett quasi ausgehebelt. Das geht quasi auf die Verschlüsselung. Die Integrität ist kaputt. Die Availability, also die Verfügbarkeit ist kaputt, wenn man hier das Ganze ausnutzt und diese CVE hier bösartig verwendet. Und dementsprechend muss man das wirklich relativ schnell beheben. Wundert mich, dass hier nur ein Medium gegeben wurde, denn der CVSS-Score ist tatsächlich 9.8, also wirklich enorm hoch. Also die CVSS-Score, beziehungsweise die Scores von den CVEs, die sind immer, Maximum ist 10. Und je höher, desto schlimmer sind die Auswirkungen quasi. Ihr seht hier auch wirklich, die mit den höheren Auswirkungen sind ganz oben. Die mit den niedrigeren Auswirkungen bei 6.1 ist auch noch immer recht hoch. Die sind weiter unten. Aber trotzdem, WordPress sollte hier definitiv mal gepatcht werden. Aber wie gesagt, die Webseite ist natürlich auch extra so gemacht, damit man das da zeigen kann. Und deswegen sind wir hier auch auf der Showcase GmbH. Wunderbar. Und ja, damit war es das auch schon wieder für meine Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns hier beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.